Oh Gott, ich habe so viele Nachrichten bekommen auf Whatsapp und Konsorten. Okay. Mandel. War ja klar. Schade, hätte der gesessen. Ach komm, hört doch auf. Ich hasse diese ekligen Decks, habe ich euch das schon mal gesagt? Junge, Junge, Junge. Will da jemand Milan kopieren eigentlich? Oder ist es der geheime Bruder? Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh. Alarm! Diese blöden Moves ey. Was ist denn hier los? Ey. Was soll das? Da hast du jetzt. piss die wir hinaus? Ja. Oder das. Und jetzt zucke ich, würde jetzt alles genau stimmen. So, jetzt hole ich aber aus. Ja, danke. Salz. Salz. bitte mehr Salz. Ich will alles Salz was ihr habt. Ich will euer Salz spüren. Aber jetzt geht es mit bisschen ausweichen geht das gegen den. Fängt ja schon mal an zu heilen hier. Da hast du den und den und den und den und den und den und den und. Jetzt hört das Salz langsam auf. Wäre ich eben stinke sauer hätte ich jetzt verloren. Ach komm schon. Duft wenn man kassiert. Ich kann nicht ausweichen. Ah man weißt du das wäre so ein fairer kampf gewesen. Ja komm hier eins gegen eins schön im fight. Und was macht der dann? Ich zieh mal meine Hand zu. Ich bin ja kleine. Was auch immer. Sorry ich bin grad mega salty was das so was angeht. Ach komm schon. Das erste mal dass du mich stream snipst. Final. Ach komm schon. Das erste mal dass du mich stream snipst. Final. Ja man. Ja man. Ja man. coole wolfs man, coole wolfs gib mir noch ein bisschen zeit, ich muss gerade noch ein bisschen heiß werden sei brav, benimm dich diese geste reicht aus hoffentlich für dich coole schwert, ich mach mit hör doch auf, das war jetzt unfair hey, ich hätte dich mit dem schwert, hätte ich dich verkloppt noch ich hätte dir noch richtig schön gezeigt, wo es lang geht aber nein, was macht der, der zieht das schwert und ja ich habe die erlebt das ist doch ein Typ oh junge 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 ach, tatsächlich ach, sag doch was ich habe auch einen Move von dir gelernt ich hätte ihn auch gerne am Ende gelernt aber cool, cool, dass du noch was von mir lernen konntest Silver Corbo Silver Corbo wir sind fair komm ich muss noch meine Hände runterpacken, weil der ist gut der ist gut Silber Corbo Silber Corbo der, der sieht cool aus, also so alter Vater ist der Hardcore der hat sich wohl auch das DLC geholt plus ein bisschen, keine Ahnung was ach, komm schon pack die Dinger weg du bist eh viel besser als ich mal der ist richtig gut aber ich habe den gerade zerlegt, einfach nur weil er seine doofen Dinger gezogen hat gut so hier dass es das also das okay ich muss meine scherben nutzen ich verstehe schade 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 ich habe ihm echt normal eben zweimal runter gepürzelt aber richtig vom allerfeinsten ich bin stolz auf mich schade kurze frage wie kann der mich während er zuschlägt perrin wie geht denn das das habe ich ja noch nie gesehen ah schade ich konzentriere mich echt hart auf das auf den fight hier aber ne 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 er möchte nicht das war nix ah man er macht mich echt salzig weil er halt einfach nur schöner angriff spammt naja egal wir probieren es noch mal gegen ihn final du musst mir mal erklären wie man während während man ja angreift auch noch mal perrin kann das habe ich noch nicht herausgefunden er hat mich schon wieder geparriert während ich geschlagen habe wow ist das eine klassenfähigkeit oder so oder habe ich einfach noch nie probiert gott 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 Wow, 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 der hat mich echt wieder platt gemacht. Och, Junge. Schon wieder Block-Breaker hier. Nee. Nee, 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 nee. Gegen den kämpfe ich auch nicht mehr. Sorry, sonst werde ich so salzig, dass ich versalze. Das ist eine salzige Suppe, will keiner essen, Alter. Puh. So, wir schauen uns das nächste Game an. Oh, Mann, ey. Ich mag das. Ich finde dieses Spammen manchmal echt so richtig anstrengend. Aber so mega anstrengend. So wie jetzt eben gerade. Kannst du jetzt spammen, 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 spammen. Gute Spams. Aber macht kaum Gold Chains, ne? Hat halt immer nur drauf geknüppelt. Ähm, ja. Fand ich nicht so dufte. Ich weiß nicht, ob ich halt die ganze Zeit jetzt einfach nur blocken können. Das ist mir aber zu spät eingefallen. Naja, egal. Oh, Leute, ich höre jetzt wieder so heiß. Ich habe keinen Bock. Das ist viel zu warm. So, auf geht's, interagieren. Final, würdest du eine Schule errichten? Der erste, der sich anschließen würde, wäre ich. Ich wäre dein erster Schüler. Boah, ist das warm. Naja, was soll man machen? So ist das Leben. Oh, Mann, 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 Mann. Ja, aber eben dieser Typ, der hat mich echt genervt. Das ist so. Wir können halt unten, 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 oben, 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 fliehen. Währenddessen noch vielleicht in der Luft treten. Das ist... Oh, ist das nervig gewesen gerade. Aber richtig... Xenon Sharp. Okay. Der nächste, der mich prügeln wird, wahrscheinlich. Naja, gut. Die sind halt viel weiter als ich, also... Ah, die Sache ist auch, ähm... Nachdem dieses schöne Wochenende vorbei ist... Ah, jetzt wirst du meine... Meine Ausweich-Power erleben. Er hätte ausweichen müssen. Oder parrien. Mein Levernie. Sag Hallo zu meinem Levernie. Ah. Hat er mich? Hat er mich gehabt? Hat er mich gehabt? Hat er mich gehabt? Ich verstehe es. Ich verstehe es. Ach, ja. Ah, schön. Habe ich den. Habe ich den doch nochmal. War echt nicht einfach gerade. Okay. Xenon Sharp. Komm her. Wir fighten nochmal. Okay. Ah, schön gemacht. Schön gemacht. Ah, komm. Ich habe den gerade platt gemacht. Und das ist ordentlich. Krass. Ach, komm schon. Hör doch mit diesem Messerspaß auf, ey. Immer das gleiche mit euch. Ah, Mann, ey. Komm schon. Hört doch auf, Kinders. Ihr mit euren blöden Schwertern immer. Und dann komm, dann. Der kann echt nur schwer ziehen, habe ich das Gefühl. Was soll denn das? Oh, nee, Leute. Darauf habe ich jetzt gar keinen Bock. Nochmal auf so einen Scherben-Dingel-Dai da. Oh. Äh, Scherben sage ich schon. Äh, Schwer-Dingel-Dai. Aber auch kein Bock mehr, ey. Was soll denn das? Ich will doch nur Bronze sein. Bronze. Einmal Bronze. Bitte. Nur einmal Bronze. Und danach könnt ihr machen, was ihr wollt. Könnt ihr von mir aus, keine Ahnung, Pause machen. Ich habe ja nicht mehr so weit. Also, das ist jetzt, glaube ich, der vierte Tag, wo ich Absorber spiele. Und am vierten Tag frage ich mich noch immer, warum muss man, obwohl man viel höher gelevelt ist, doch nochmal das Schwert ziehen. Oh, Silver Kobo. Schon wieder. Na gut, wir kämpfen gegen ihn. Was soll man machen? Ich mag ihn trotzdem nicht. Er ist ein guter Gegner. Der freut sich. Oh, cooler Typ. Cooler Typ, ey. Hat er schön gemacht. Ich beschwere mich nicht. Nein. Oh, ich habe ihn doch noch. Ich habe ihn doch noch gekriegt. Oh, habe ich gerade geschwitzt. Oh, Junge. Immer das Gleiche mit dir. Jetzt hat er mich aber platt gemacht. Und das ordentlich. Lass die Dinger stecken. Ach, komm schon. Na, dann ziehe ich mein Schwert halt. Außer davon. Ah, Mann, ey. Ich finde das echt langweilig, wenn jemand die ganze Zeit die Waffen zieht. Finde ich auch unglaublich schade. Steck die Dinger weg. Geh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. arena und der typ ist jetzt auch zwar paar 40 oder so level über mir aber naja was soll's los geht's so jetzt aber entschuldigung guter gut gemacht ja ja fast nur diese angriffe aber ich glaube ich habe was also ich habe glaube ich jetzt so ein bisschen verstanden wie ich den knacken kann gegen ende lief es dann ja auch na da war ich bisschen warum reagierte gerade mein pet nicht mein pet reagiert nicht richtig was jetzt los jetzt aber doch nicht geknackt gedacht ich krieg dir jetzt aber so ok ja komm das erste was du kannst das was du kannst tschau nicht noch mal mit mir nicht noch mal oh Aua Okay, ich will nochmal Die kriege ich noch geknackt Filosinski Die kriege ich geknackt, wenn sie nochmal will Also ich habe es am Ende so ein bisschen gekonnt So langsam ging das Sehr gut Kein Respekt Jetzt kriege ich sie langsam Ja komm, komm renn mich an Dann kriegst du das So Ah, der letzte Parry hat nicht geklappt Oh, ich will mich gerade kotzen Sorry Nee Jetzt aber Was? Ja Hm? Ja Ich glaube, ich werde die K100-1 GET in den Z grad Eib Zu free! Ich parry immer viel zu früh. Viel zu free. Viel zu früh. Oh Mann ey. Nee. Jetzt aber. Gleich dem Parry von vorne herein. Tchö. Jetzt aber. Einmal kriege ich die. Das ist gut. Oder ihn. Kann ja auch sein, dass er eine Frau spielt. Ja. Nee, zu früh, zu früh. Aber die kann man gut parryen. Die kann man echt gut parryen, wenn man möchte. Das geht. Man muss sich nur ein bisschen abstimmen. Weil die benutzt immer nur die, ich glaube, vier, fünf selben Angriffe. Mehr hat sie nicht. Ah, jetzt aber. Okay. Okay. Okay, okay. Nochmal hinterher. Nochmal. Da hast du den und den und den. Ah. Ah Mann ey. Oh, ärgerecht. Nicht gerade. Extrem. Der hätte ich eigentlich gehabt. Eigentlich. Ah, da hast du. Und jetzt aber. Da hast du die. Ah. Ja. Und jetzt. Das macht man doch nicht. Wieder zu früh, Mann! Macht die mich sauer. Aber vielleicht lerne ich von ihr die Tricks. Ich komme gegen diese blauen Dinger echt nicht an, ey. Null. Ich bin der Schlag. Ich bin der Schlag. Ich bin der Schlag. Geh! oh Junge immer am Ende werde ich immer so richtig ich habe richtig schwitzige Hände bei der gibt es doch gar nicht hat mich gerade tief durch Olli hat mich echt fast gerade gekillt ich bin so angefixt von der ne das war nix Satz mit X das war wohl nix oh man ja komm angerannt nice cam nee nein leider nicht leider aus niemand anders komm oder 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 wir starten tatsächlich mit rocket league ich hatte nämlich heute lust gehabt rocket league aufzunehmen ja ja